Hey, willkommen! Ich bin Jana und bin im Moment Volontärin in Bad Sdena im Gästehaus und zeige euch heute meine Einsatzstelle. Kommt mit! Das hier ist unser Arbeitsplan. Den können wir immer morgens lesen, was so in der Woche zu tun ist oder was für Termine anstehen. Genau. Und hier kommen wir in die Küche, wo wir sehr viel Zeit verbringen mit Kochen, Backen und Chillen. Und hier kommen wir in die Küche. Und hier kommen wir in die Küche. Die Küche ist das, dass wir die Küche aus der Küche sind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020